Mein neues Buch heißt Gott und Deutschland. Es ist ein sehr persönliches Buch über die Situation der Christenheit in Deutschland. Und es richtet sich an Menschen, die sich nach einer neuen, großen Bewegung Gottes im deutschsprachigen Europa ausstrecken, die sich danach sehen, die dafür beten. Und wenn du dazugehörst, dann lade ich dich in diesem Buch auf eine Reise ein, die dir erklärt, warum die Situation der Christenheit in Deutschland so ist, wie sie eben ist und warum sie sich schon sehr bald dramatisch und umfassend verändern wird.